So, äh, ähm, läuft. Servus, liebe Motor.de-Blogleser. Ich bin Harry, der Sänger von Die Drogen. Und ihr wollt von uns wissen, wonach wir Droogies süchtig sind. Und ich bin in dieser Beziehung recht normal. Ich bin einfach nur süchtig nach dem Leben. Um, denn es ist doch verdammt geil, am Leben zu sein. Und, äh, was hast denn du da, Matt? Das ist übrigens Matt, der filmt gerade. Lord Mellinghausen, unser Schlagzeuger. Und nach diesem Zeug bin ich auch süchtig. Das hier hatten wir bei vielen Gigs. Einige kennen es vielleicht schon euch als kleines Gimmick dabei. Süß und sauer. Und das waren mal unsere vier Farben. Und nach diesem Zeug bin ich und einige von euch auch verdammt süchtig. Also, macht's gut. Und bis bald. Euer Harry.